Ok, ich weck dich erst mal um den Schlaf. Du bist ein Super-Welpe. Wo geht's hier denn überall hin, sag mal. Ich glaub, ich bin hier reingefallen, oder? Das war ein Versehen und ich hatte nichts damit zu tun. Dass ich hier reingefallen bin. Hallo? Guten Tag? Ach, wie schön. Ich mag dieses Spiel einfach. Hab's dich. Hier waren doch bestimmt noch irgendwo Knopfen, oder? Da war ein Knopfen. Ich hab' ihn gesehen. Oh, yeah. Aber ich muss alles erforschen. Ich will nicht die Abkürzung nehmen. Wenn, dann weiß ich ja jetzt, wo's die Abkürzung gibt. Cola, 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 cola. Cola, 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 cola. Ach. Was bereitet es mir Spaß, hier durch die Gegend zu pullern. Da war ja noch jemand. Ist ja ein Ding. Und hier sind ganz viele. Und der sieht mich nicht. Au. Der hat mich ganz schön getroffen. Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Dankeschön. Du bist ein Superwölbe. Dankeschön. Tu auch. Okay, das ist eine super Taktik. Erst ranrollen, dann erschreckt er sich. Und dann, ähm, ja. Dann passiert das halt. Dass man den anbellen kann. Anbellen kann. Juhu. Seht ihr? Er erschreckt sich. Aber ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich hin muss. Immer den Spinnenmemen folgen. Ja, das sagt sich so einfach. Wir müssen den Spinnen folgen. Können wir nicht lieber den Schmetterlingen folgen? Und ihr wisst, woher das stimmt. Dann seid ihr coole Leute. Au. Okay, ich hab ihn aber eingesammelt. Es hat auft gemacht. Ach, herrje. Äh, wie hab ich das denn geschaffen? Von hier? Muss wohl. Boah, sogar bis auf den Baumstamm. Cool. Nee, ich will erst noch mal kurz zurück. Und dann guck ich erst mal, was es da hinten gab. Um dann zu gucken, was es dort gibt. Oh, perfekte Taktik. Guck jetzt den hier an. Oh, das Lüppel. Ich mag Lüppel nicht. Ich mag aber auch die anderen nicht. Aber das ist ja... Das spielt ja keine Rolle. Aber Lüppel mag ich nicht. Und wieder erschrocken. Spinnennetze. Ich muss auf der richtigen Fährte sein. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Schon faszinierend, was Spinnen so bauen. Ich meine, die sind ja sehr elastisch. Die Spinnenseide. Besonders reißfest. Und normalerweise ist es kein Trampolin, liebe Kinder. Ähm, okay, das war ein bisschen komisch. Weil ich kann hier nicht wirklich drauf springen. Aber ich springe trotzdem. Und... Ich habe den Schlüssel. Den Schlüssel der Macht. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Bestimmt ein paar Knochen. Die abgenutzt sind. Aber das tut uns. Wo muss ich denn hin? Nach hier? Ich weiß es nicht. Nein. Ich meine, klar. Wir könnten auch in die Höhle gehen. Aber ich bin nicht in die Höhle. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Oh na ja. Ihr werdet dieses Projekt doch auch vermissen. Wissen Sie es euch doch an. Ist nicht wahr. Leben. Äh, wo ist hier denn bitte der Toll? Ich würde dann doch mal gerne in den Untergrund gehen. Und hier sind wir gestartet. Ich habe mich verirrt. Verirrt. Verirrt und verwirrt. Ich bin verirrt und verwirrt. Boah, aus dem Wasser heraus gehüpft. Habt ihr das gesehen? Macht es mir mal nach, Leute. Hm. Ich rieche so. Ich weiß nicht. Trüffel. Trüffel. Alles klar. Ist er ein Schwein? Ja. Definitiv. So, hier bin ich. Fängt mich nochmal auf. Das Gekula-Geräusch nervt ein bisschen. Erschrocken. Juhu. Äh, Knochen. Danke. Oh, es sind gar nicht mehr so viele Knochen. Dann sind wir ja schon fast am Ende. Das ist ja... Och Mann. Die Level, die sind echt gut. Okay, uns fehlen jetzt noch vier Knochen. Wo könnten die denn sein? Hm. Auf geht's. Bursche, lass mal suchen. Ach ja. Ist das eine schöne Welt, in der wir leben? Mit alten Spielen. Aber ich mag diese alten Spiele. Ähm. Wo führt er mich hier bitte ganz lang? Wahrscheinlich ist das wieder ganz hinten oder so. Hatten wir ja auch schon mal. Dass das dann irgendwie wieder am Anfang war. Und wir ganz zurücklaufen konnten. Äh. Der führt mich hier in der Irre. Muss ich hier rum. Ich hab den geheimlandet. Juhu. Ich bin ganz stolz auf mich. Äh. Fortsetz. Hallo. Ich drücke 3 zum Schnüffeln. Und nicht, äh. Um irgendwie zu speichern oder so. So. Mal schauen. Wo mag er denn wohl sein? Da ist er ja. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob er mit dem Schnüffel mich auf direkten Wege zu den Knochen bringt. Und. Aber. Ich geh davon aus. Oh ja. Ich glaub nicht, dass das stimmt, was ich grad gesagt habe. Ach, nun komm schon. Es ist nur noch einer. Ja, bist du hier unten? Juhu. Wundervoll. So haben die Hündchen das gern. So, wo muss ich denn jetzt wo rauslaufen, damit ich ziemlich... Nein. Ja, definitiv nicht. Hier glaub ich, oder? Nö. Aber hier war irgendwo Lüppel. War hier Lüppel? Ich bin ja wirklich... Also mit... Mit so Wege und so. Da kann man mich echt erschlagen. Wege kann ich mir überhaupt nicht mehr. Und... So, Erdkunde technisch absolut gar nicht. Also das wird noch spaßig, wenn ich mir den Wege irgendwie merken soll, weil es keine Karte gibt und den Weg dann wieder zurückgehen soll. Ach ja. Aber trotzdem. Ich muss das Spiel speichern. Mal gucken, wie weit wir sind. 80% das gibt es nicht. Und, äh, sind wir jetzt schon im nächsten Level? Huch, sieht so aus. Oh, aber die Stimmung hier, die ist echt atemberaubend. Aber, das gucken wir uns natürlich nächstes Mal an. Level verlassen. Spiel speichern? Nein, das haben wir gerade eben gemacht. Und, was war das? Welches Level? Labyrinth. Oh ja. Ach Mist. Und ich habe keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Ach, Menno. Das ist ja dumm gelaufen. Aber dann habe ich was, auf das ich mich nächstes Mal freuen kann. Und, das werde ich dann auch, weil, Labyrinth. Ich mag Labyrinthe. Ähm, lustiges Bild. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, 102 Dalmatina. Tschüss.